Die Schahada, auch Tashaad genannt, ist das Glaubensbekenntnis des Islams, das die erste der fünf Säulen des Islam bildet. Die Bedeutung der Schahada, die als solche übrigens im Koran nicht vorkommt, wird erst in einem auf den Propheten Mohammed zurückgeführten Adit hervorgehoben, wenn der Diener sagt, es gibt keinen Gott außer Gott, dann spricht der erhabene Gott, meine Engel, mein Diener weiß, dass er keinen anderen Herrn außer mir hat. Ihr seid meine Zeugen, dass ich ihm vergeben habe. Aufbau Es gibt keinen Gott außer Gott, ist der erste Teil des Glaubensbekenntnisses und kommt in dieser Form im Koran an zwei Stellen vor. In Schur 37 zu 35 und in Schur 47 zu 19. Welche Bedeutung dieser erste Teil des Glaubensbekenntnisses als Bekräftigung des Tawhid im Islam hat, bestätigen neben der Traditionsliteratur die islamischen Prophetenlegenden aus dem 8. Jahrhundert. Denn bereits Noach soll seinen Söhnen zwei Befehle und zwei Verbote erteilt haben. Die Befehle waren, sich zu bekennen zu. A. Es gibt keinen außer Gott. B. Lob sei Gott, wie es auch zu Beginn der Fattier steht. Die Verbote waren A. Götzendienerei. B. Arroganz. In der Forschung wird auch angenommen, dass der Ursprung dieses ersten Teiles der Bekenntnisformel möglicherweise auf samaritanische Vorbilder zurückzuführen ist. Punkt. Der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses ist die Bestätigung Mohammeds als Gesandter Gottes. Mohammedun Rasulü el-Ellaha, Mohammed ist der Gesandte Gottes. In dieser Form wird Mohammed in Schur 48, Vers 29 genannt, inhaltlich vergleichbar sind damit auch Schur 3, Vers 144, Schur 33, Vers 40 und Schur 63, Vers 1. Somit spricht man im islamischen Recht und in der Theologie von den zwei Glaubensbekenntnissen. As-Sahadaten, As-Sahadaten oder vom Ausdruck des Monotheismus Kalimat et Tauhid, Kalimat tu, Tauhid. Die Schiiten fügen meist noch einen dritten Satz hin zu. Eliyvaliyu el-Ellaha Ali ist der Freund Gottes. Die oben dargestellte Form der Schahada ist allerdings das Ergebnis ritualrechtlicher Kompromisse unter den Gelehrten der Rechtsschulen. Denn gemäß Überlieferungen in der Traditionsliteratur soll Mohammed gelehrt haben. Die islamischen Rechtsschulen greifen hierbei auf unterschiedliche Überlieferungsvarianten im Wortlaut des angeblichen Prophetenspruches zurück. Sie sind sich aber ritualrechtlich einig darüber, dass die obige Grußform keinen Pflichtteil im Gebetsritual darstellt. Gebetsritual Beim Gebetsruf werden nach dem viermaligen Takbar beide Teile der Schahada eingeleitet mit As-Sahadu an bzw. Anna ich bezeuge, dass jeweils zweimal gesprochen. Die Schahada im Athen lautet Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer dem Gott gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Eilt zum Gebet Eilt zur Seligkeit Sakralbau Die Schahada erscheint in einem Sakralbau erstmals in der Außeninschrift am Felsendom aus dem Jahr 691-692 in ihrer Kombination mit der Basmalawi. Folgt Es gibt keinen Gott außer Gott allein Er hat keinen Teilhaber Mohammed ist der Gesandte Gottes Einmal mit der Ergänzung durch die gekürzte Ologie nach der Gesandte Gottes Gott ihn segnen Der Satzteil Er hat keinen Teilhaber ist koranisch In Schur 6 Vers 163 heißt es Er hat keinen Teilhaber Dies wurde mir befohlen Profaner Bereich Im profanen Leben erscheint die Schahada auf umayadischen Münzen bereits gegen 705 bis 714 und auch etwas später Auf der Vorderseite steht La ilaha illa el elaha Auf der Rückseite Mohammed Rasuloyahi Am Rand steht das Prägungsdatum Eine Variante der Schahada ist in einem Protokoll auf Papyrus aus dem Jahr 705 in folgendem Wortlaut Wie am Felsendom dokumentiert La ilaha illa la huwada hu la sarikal ahau Mohammedun Rasuloyahi Dies in Anlehnung an Schur 6 Vers 163 La sarikal ahau Er hat keinen Teilhaber Eine ähnliche Variante steht in einem Handschriftenfragment datiert auf Rabi 2 294 Januar 907 in der letzten Zeile der Reproduktion Das in Zeile 6 am Ende des 2 Buches über Zakat die Schahada mit der Eulogie ergänzt La ilaha illa el elaha Mohammedun Rasuloyahi salallahu alaihi wa salam Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses erscheint in einem Schreiben des Stadthalters von Ägypten Kora ibn Scharik Datiert auf Juli 710 wie folgt Ahmadu Yaha el ethi la ilaha illa huwa Ahmadu Yaha el ladila ilaha illa huwa Ich lob preise Gott Außerdem es keinen Gott gibt Dass die Schahada im profanen Bereich bis in die letzten Jahrzehnte des 8. Jahrhunderts keine endgültige Form angenommen hatte Zeigt eine Felsinschrift aus dem zentralen Negev die wie im obigen Protokoll auf Papyrus formuliert und diesmal mit dem Zusatz Wa abduhu, sein Diener auf das Jahr 780 bis 781 datiert ist In einer weiteren Felsinschrift in dieser Region wird in der Bekundung des Glaubensbekenntnisses neben dem Namen Mohammeds auch S.I.B. in Mariam Jesus, Sohn der Maria, genannt Anschließend wird der Gedanke des ausgeprägten Monotheismus nach Schur 112, Vers 3 zum Ausdruck gebracht Er bezeugt, dass Gott ein einziger Gott der Herrscher erzeugt nicht und ist nicht gezeugt worden Geschrieben hatte es im Jahre 197 Epigraphische Funde südlich von Medine aus dem späten 8. Jahrhundert belegen, dass man die obige Variante der Schahada auch in der 3. Pers Sing, Formuliert hatte ihr geht dann der Name des Urhebers voraus Am Ende wird nach dem Namen des Propheten die Eulogie hinzugefügt Atik Ibn, Jakub, B, Zudaik Ibn, Musa, B, Abed Al-Abi, Azetsu, Ber, Yashadu, Ala, Ilaha, 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 Vada, Hula, Sarika, Laha, Uva, Anam, Mohamadan, Rasulu, El, Elaha, Salallahu, Alaihi, Wasalam Atik Ibn, Jakub, B, und so weiter Bezeugt das, und so weiter Der Urheber ist biografisch bekannt Er war einer der Schüler von Maliki Ibn Anas in Medine, Mystiker Viele Sufis verkürzen infolge ihrer pantheistischen, dogmatisch unabhängigen Grundhaltung den ersten Teil der vollständigen Schahada zu einer Formel, die bei den Nikaer-Zeremonien wiederholt wird Es gibt keine Gott außer ihm Eine weitere abweichende Schahada-Formel lautet, es gibt Allah bzw. es gibt nichts, sondern nur den einen Punkt Die meisten Sufi sind allerdings der Ansicht, dass gerade der zweite Teil der Schahada sehr wichtig ist Weil Scheid an selbst ebenfalls den ersten Teil der Schahada akzeptiert Schließlich weiß er selber sehr genau, dass es nur einen einzigen Gott gibt, Mohammed als Propheten lehnt er jedoch ab Abendländische Kunst Auf dem Weg von Florenz nach Arezzo in einer kleinen Kirche von San Giovinale Akasche identifizierte der italienische Denkmalpfleger Luciano Berti Ein bis dahin unbekanntes Werk Ein Triptychon des Begründers der frühen Essosmalerei Masaccio Einige Jahre später hat man den deutschen Orientalisten Rudolf Selheim auf das publizierte Bild der Madonna mit dem Heiligenschein aufmerksam Gemacht Der möglicherweise orientalische Schriftzüge tragen dürfte Das Phänomen an sich, arabische Schriftzeichen auch in entfremdeter Form und bis zur Unkenntlichkeit entstellt, zu verwenden Ist seit dem 11. Jahrhundert in der mittelalterlichen Kunst in der Buch-Glas-Tafel- und Wandmalerei bekannt R. Selheim stellte fest, dass Masaccio im Heiligenschein der Madonna das islamische Glaubensbekenntnis allerdings spiegelverkehrt integriert hatte Die Arbeit trägt das Datum 23. April 1422 Es wird angenommen, dass Masaccios Werk ursprünglich in der Brangiaci-Kapelle von Santa Maria del Tamain aufgestellt war Es ist allerdings unklar, wie Masaccio in den Besitz der Motive der Schahada gekommen ist Sie und die Legatur von Allah in ihrer Kombination der Buchstaben Alif, Lem, Lemha sind in der Ornamentik jener Zeit mehrfach verwendet worden